Ich freue mich, dass ihr alle gekommen seid zum Nikolaus-Umzug und ich sehe, ihr habt euch richtig angezogen. Schön warm und schön die Gummi-Jacken und die Mützen und die Gummistiefel, weil heute ist es ja so nachts noch. Im letzten Jahr hatten wir so ein Glück, da hatten wir schön Schnee. Das gehört ja auch eigentlich zu Nikolaus, aber in diesem Jahr hat es geregnet. Ich freue mich, dass ihr trotzdem da seid und ich danke auch dem Heimatverein LinksDB ganz herzlich, dass ihr wieder einmal diesen schönen Nikolaus-Umzug organisiert habt. Ich danke auch der Feuerwehr, dass sie alles wieder gut begleitet hat und die Polizei, beide waren wieder dabei, die haben schön aufgepasst auf euch. Finde ich wunderbar und ganz, ganz herzlich möchte ich jetzt mal den Nikolaus begrüßen, dass er uns wieder begrüßt hier in Hüls und zu uns kommt. Das finde ich klasse. Herzlich Willkommen, lieber Nikolaus! So, Kinder, und der Nikolaus, der wird jetzt eine Ansprache an euch richten, deswegen gebe ich das Mikrofon ganz, ganz schnell rüber. Ja, meine lieben Kinder, schön, dass ihr heute doch gekommen seid. Ich habe heute nur das wollende Buch dabei und das Engelchen. Ihr wart alle brav, habe ich wohl in meinem Buch gesehen. Und meine Ruprechte, die sind schon unterwegs, die haben so viel zu tun. Die sind schon am Packen, damit ihr auch ein paar Geschenke kriegt. Dies Jahr werden die Geschenke vielleicht nicht ganz so groß ausfallen, oder? Der kann ja wohl von euren Gedichten auch sagen. Der kriegt garantiert ein größeres Geschenk. Ja, dann kommt mal her. Denkt euch, ich habe das Christkind gesehen. Es kam aus dem Walde, das Mützchen voll am Schnee. Mit rot gefroren sie sich, wenn deine kleinen Hände taten sie sich. Denn mit Krug einem Dach, der war gar schwer. Schleppte uns falsch, erzählte ihm her. Das Brot war mal ziemlich, ihr Nasenwollt, ich schall ihn pack. Denkt ihr, er wäre offen, das hat sich so gewünscht. So, das war gerne, das ist das Schönste. Ich koch nur noch echten und dicken. Hab ich schon kurz noch verraten mit mir, ne? Ich bin mit Handys verbrennt. Jo, ich bin schon dabei. Antonia. Antonia, und wie alt bist du, Antonia? Ich bin vor sieben. Ich habe ja wohl unauswendig gelernt, ne? Super. Haben wir denn noch jemand? Die beiden möchten singen.